Liebe Freunde, bevor wir, oder bevor ich das Video zeige, ja, ich habe auch immer gesagt, wenn ich einen Kopfstand mache auf dem Stuhl oder sowas, bitte nicht nachmachen, weil es könnte euch auf die Fresse hauen, wenn ihr es nicht könnt, ja, und geschafft hat das eigentlich Dominik Welker. Dankeschön für den geilen Sturz und fürs Videomachen eigentlich, wie es sich auf die Fresse haut. Er hat es aber dann beim vierten Mal nochmal, hat es nochmal gemacht, sicherheitshalber an der Wand und hat den Kopfstand eigentlich auf dem WC-Sessel eigentlich gestanden. Komm, du pass mich doch. Fertig. So. Gilt. Davor hat es ihn mega auf die Fresse gehauen, es ist ihm nichts passiert. Gott sei Dank. Und in Zukunft, Leute, wenn ich einen Kopfstand mache, wenn ihr es machen wollt, dann trainiert es, aber auf dem Boden erstmal, dann auf dem Stuhl, sonst haut es euch eigentlich so auf die Fresse, wie jetzt mit Dominik Welker und das Video läuft jetzt für euch. Oh Mann, haben wir gelacht. War schön. Ja. Hab in die Studium gerannt. Au. Ist dir was passiert? Alles ok. Warum Problemlos. Und so.